Wir machen es jetzt ganz einfach. Ihr habt jetzt zwei Tage Zeit, Bro. Wir stellen keine Forderung von Gale, die es da hingehört. Ihr habt schon mit mehreren Stress. Ich weiß nicht, wir sind nicht solche Leute, die dann direkt auf Gale geiern. Ganz einfach, ihr macht euch einfach weg. Verstanden, Bro? Sucht euch irgendeinen anderen Barbar in der Stadt, aber ihr habt ihr nichts zu suchen. Ihr packt eure Sachen, Digga, eure Koffer, alles und macht die weg. Okay? Bis morgen Abend, habt ihr einen anderen Barbar. Edited by Snacks. What's the talk of my doggy? Na, he got ting, then left by his doggy. Blaps got ting in the shop, like, whoa. T-Skin got T.O. Didn't you know, same, we are one. Took a big man soon. Those in the kang, can't let the Turkman crew. Dead. In call, while I'm reclaiming CT door, hide in court like, busick is sheath. This is the truth, nonfiction, free up song, that's Dot, Dot, kick in the rocks. Don't stop. It continues to. Ey, yo. Adunna, for prologue. Komm 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 Bis morgen Abend, tappt die anderen Baba Esu! 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 Ich habe es mir in der Barsch und sie mir eine Paella. Esu! 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 Esu!